3, aber super Zustand Okay, wir haben einen Pikachu 1,50, 2, 2, 3 Neue Pikachu Warum? Oh, sorry Mann! Oh, geht doch 2,50 Euro 2,50 Euro 1,50 Euro Erkundet mich aber jetzt Soll ich das machen? 1,50 Euro Aber nicht für einen großen D-Schenar Ich will bei Yu-Gi-Oh! machen Ich geh mal um keine Idee Plastik für ein Gedächtchen Ich geh mal um die CCG kaufen und setz dich halt und pro E-Schenar E-Bail Du verkaufst dich mal wieder für 10 Euro E-Bail Du bezahlst dir das 3-faches 4-faches Was du mit der CCG bezahlst Ähm Kann ich mal was Taschen nicht verwenden oder so Keine Ahnung Wenn du in der ersten E-Bail Und spielst du Nein Das ist nicht gebraucht Ich hab keinen anderen Dann füge ich mal raus Ich kann es durch vielleicht Aber Du kriegst eine Karte Entweder Mensch oder gar Dann gibt es zwei Team Dann sag ich ja Da machen alle Schienen Ich bin negativ eingestimmt Ich bin negativ eingestimmt Ich bin negativ eingestimmt Ich bin nicht negativ eingestimmt Ich bin nicht nach spiel